Ja, liebe Freundinnen und Freunde, erstmal frohes neues Jahr. Ich möchte heute über den sogenannten Aachener Vertrag, wie er jetzt heißt, oder vorher Elysee-Vertrag, sprechen. Und der soll am kommenden Dienstag in Aachen von Macron und Merkel unterzeichnet werden. Und das Krasse ist, dass dieser Vertrag nach wie vor Verschlusssache ist, nicht öffentlich ist. Und ich werde dazu einiges sagen. Erstmal als Hintergrund, der historische Elysee-Vertrag aus den 60er Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg, zwischen Deutschland und Frankreich, war eine große Errungenschaft. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass es eine deutsch-französische Aussöhnung gegeben hat. Mit keinem anderen ehemaligen Erzfeind, in Anführungszeichen, Deutschlands, hat es eine so umfangreiche, auch zivilgesellschaftliche Aussöhnung gegeben, wie zwischen Deutschland und Frankreich. Ich selbst bin ein Kind dieses historischen Elysee-Vertrags. Ich war als Jugendlicher in einer Fußballmannschaft in Aachen und habe dann ein Austauschprogramm gehabt. Wir sind nach Paris gefahren, haben dort in einer französischen Jugendmannschaft gespielt. Wir haben mit den Familien gewohnt und umgekehrt, die kamen nach Aachen. Und das war eine ganz tolle Sache nach diesen zwei Weltkriegen. Leider muss ich sagen, dass dieser neue Vertrag, der jetzt ausgehandelt und unterzeichnet werden wird, überhaupt nichts mehr mit dem historischen Elysee-Vertrag zu tun hat. Damals ging es um Aussöhnung, heute geht es um Aufrüstung. Es ist völlig klar, wenn man sich genauer diesen Vertrag anschaut. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Also man schaut sich diesen Vertrag an, dann sind am Anfang schöne Worte da, auch was soziale und wirtschaftliche Aufwärtskonvergenz angeht. Also Verbesserung der sozialen Lebensverhältnisse ist einmal erwähnt. Danach findet man aber nichts Konkretes mehr dazu in diesem Vertrag. Allerdings sehr viel Konkretes über gemeinsame Rüstungsprojekte, gemeinsame Militäreinsätze, weltweit gemeinsame Interventionen zum Beispiel in Afrika und die sogenannte Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und Konsolidierung der europäischen verteidigungstechnologischen und industriellen Basis. Also es geht im Kern in diesem neuen Vertrag um gemeinsame deutsch-französische Militärkooperation, um Aufrüstung und um gemeinsame internationale Militäreinsätze. Deswegen werden wir diesen Vertrag ablehnen. Natürlich stehen da auch ein paar Sachen drin, die wir vernünftig finden, Verbesserung etwa der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit an der deutsch-französischen Grenze. Aber wenn man sich das wirklich genau anschaut, ist das sozusagen am Rande. Im Kern geht es eben um diese Aufrüstung. Das geht korreliert sozusagen mit anderen Prozessen, etwa auf EU-Ebene PESCO oder der Europäischen Verteidigungsfonds, gegen den wir klagen werden. Und leider zieht sich das auch durch. Es wird ein extra eigenes Parlament eingerichtet, um diesen Vertrag zu begleiten. Eine deutsch-französische parlamentarische Versammlung mit 50 Abgeordneten aus Deutschland und aus der Assemblée Nationale in Frankreich. Die sollen zweimal im Jahr tagen, die sollen auch Ausschüsse bilden. Also es ist ein wirklich sehr umfangreiches Projekt der Bundesregierung und der französischen Regierung. Und wie gesagt, dieser Vertrag wird am kommenden Dienstag, am 22. Januar in Aachen, von Macron und Merkel im Krönungssaal von Kaiser Karl unterzeichnet. Und was symbolisch besonders schwerwiegend ist, eigentlich sollten die beiden Parlamente am kommenden Dienstag darüber beraten. Seit einem halben Jahr ist dieser Termin geblockt von den Parlamentspräsidenten. Die Abgeordneten haben sich darauf eingestellt. All das ist jetzt gecancelt worden. Und stattdessen wird eben in der Stadt Karls des Großen dieser Vertrag unterzeichnet. Die Linke wird diesen Vertrag ablehnen. Wir haben uns entsprechend verständigt, sowohl in der Partei als auch in der Fraktion. Und ich kann nur dringend raten, sich wirklich genau anzuschauen, was in diesem Vertrag drinsteht. Und ich hoffe, dass das auch öffentlich jetzt bald geschehen wird, dass auch öffentlich über den Inhalt debattiert wird und wir nicht nur leere Worte hören über deutsch-französische Zusammenarbeit, die wir als Linke natürlich begrüßen, aber eben im sozialen und im Kooperationsbereich. Die Linke Die Linke Die Linke